Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von Infrakta und ich bin wieder in Rage of the Dark Gods, also Call of Warhammer, eine Total Conversion Mode für mir, die Evil 2 Total War Kingdoms. Hey, das war perfekt. Lob und Anerkennung für mich selbst. Dann machen wir mal weiter mit meiner etwas unklugen Strategie, die aber aus dem Erkenntnis heraus kommt, dass ich keine andere Wahl habe. Ich kann das nicht aussitzen, ich gehe die Kohle aus und ich muss vorankommen. So. So, die sind alle gerückt, gut. Toll. Irgendeiner hat die rekrutiert und wird Dummbeuteln verheizt. Na, egal. So. Die lassen sich nicht anlocken. Oh, 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 da hat sich was bewegt. Äh, warte mal, was ist der da? Achso, der wird von Westen nach Osten durchrücken. Nach Mordheim. Ah ja, genau, Kreuzzugstruppen. Das sind die Heinigs, die er im Marienburg rekrutiert hat. Na, egal. So, warte mal. Ach, schafft ihr auch da was? Da ist sie, ja. Na gut. Da ist, da fehlten zwei der Stack. Wo sind die hin? Äh, da ist er. Und warum ist da jetzt irgendwie ein blinke Licht drumherum? Geh du mal gucken. Ah. Da ist, äh, der Oktobermann Fullstack drin. Also das kriegen die ja allein auf die Reihe. Da brauchen die mich jetzt nicht. Äh, jetzt haben die sich doch aufgeteilt. Ah, die Säcke. Und meins war, wo kommt der? Ach, die Säcke ganz fertig. Okay. Ähm, toll. Ja, jetzt müssen wir trotzdem agieren. Aber sonst müssen wir machen. Ähm. Äh, wo ist denn der zweite Stack? Och, Leute. Ah ja, komm, was soll's. Da hab ich gehofft, dass ich den zweiten Stack zur Verfügung hab. Und was ist die nächsten? Nutzlose Generäle. Einhalten! Lasst jetzt auf meine Befehle! Ähm. Ich denke. Also bin ich, ja. Nein, das ist es manchmal nicht. Ich denke, dass die Orks offensiv vorgehen würden. Wir bilden mal eine Stahllinie. Wir bilden mal eine Stahllinie. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Ja. Schickt ihnen imperialen Stahl entgegen. Und jetzt der Krümmel euch nach hinten. Und jetzt der Krümmel ist die Krümmel. Denen fehlt im allgemeinen die Geduld, da langen uns mit Pfeilen zu beschießen. Hm? Die Krümmel ist der Krümmel. Die Krümmel ist der Krümmel. Die Krümmel ist der Krümmel. Da hinten ist irgendwas berittenes. Und es wäre so natürlich mehr Druck auf die Flanken auszuüben. Die Krümmel ist der Krümmel. Die Menge unserer Truppen kämpfen noch gar nicht. Weil sie nur an den Flanken und ein bisschen im Zentrum arbeiten. Oh. Hässliche Drolle. Die Krümmel ist der Krümmel. Die Krümmel ist der Krümmel. Die Krümmel ist der Krümmel. Oh. 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 Jo, die werden so schnell nicht wiederkommen. Äh, wie geil sind die denn eigentlich? Ja, wie geil sind die, wie geil sind die? Hm, der Flanke war so uns jetzt ein bisschen härter. Aber ich bin stolz auf die Jungs. Die kämpfen echt bis zum letzten Mal. Ich bin stolz auf die Jungs. 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 Jetzt bräuchte ich natürlich gescheite Kavallerie zum verfolgen, aber... Ich bin stolz auf die Jungs. 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 Sie sind eigentlich noch kampffähig. Die können sich eigentlich beteiligen. So. So, machen wir noch eine Runde? Äh... Nee, wo was? Ähm, Moment, wir müssen erst mal hier mal gucken. Ja, der kloppt sich erfolgreich mit dem weiter rum. Ja, das ist das da, oder was? Ja, komm, wir nicht ernst nehmen. Das ist irgendwie so ein Gesocks. Oh, scheiße. Was macht der denn da? Ach, Mann ey, ich hab jetzt keinen... Ähm... Ja, das ändert ja nichts. Ich kann die nicht da rummarschieren lassen. Andererseits, egal gegen was sie da marschieren. Ich weiß, da kann ich da was abziehen. Nee, kann ich nicht. Das eine ist ein bisschen angeschlagen, eine gescheite Feldarmee. Das andere ist ein Sammelsurium, das weder Auerswald weiter belagern kann, noch mit den Vampiren. Ach, Leute, ich hab jetzt... Ach, Ina kommt ein bisschen inzwischen. Ähm... Tja, das ändert nix. Ich muss wieder nach Norden. Ich mach die Maschine mal vorsichtig hinterher. Ich mach die Maschine mal vorsichtig hinterher. Ich mach die Maschine mal vorsichtig hinterher. Hm... Jede Runde, wo man sie da drin einschließen, und sie kommen da draus, werden sie geschwächt. Oh, ne, ey! Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ok, ok, ne, darum kümmern wir uns im nächsten Video, ähm, ich wünsche euch was, wir sehen uns bald wieder, bis dahin, macht's gut, tschüss!